Hallo, ich möchte mit euch Animal Shelter Escape spielen und das heißt so viel wie Flucht aus dem Tierheim und dieser süße Kerl hier möchte gern aus dem Tierheim entkommen. Du wurdest vom Hundefinger gefangen und zum Tierheim gebracht. Du vermisst deine Familie und musst fliehen, um wieder nach Hause zu kommen. Mit der Maus können wir mit Objekten interagieren und durch das Spiel navigieren. Irgendwo klicken, um fortzufahren. Da sind wir. Ein Ball zum Spielen. Keine Zeit. Der Grund ist lose. Ich buddele gern. Ich denke, ich kann meinen Weg nach draußen buddeln. Oh, und da sind wir auch schon draußen. Da ist ein anderer, bedauernswerter Hund. Ich habe nur Wasser. Ich werde es dir geben für Hundefutter. Also müssen wir Hundefutter besorgen und schleichen uns ganz heimlich in die Küche. Hier sehen wir ein Kolli. Zweiter Platz bei irgendwas. Das könnte später noch wichtig werden, aber jetzt haben wir Hundefutter. Und warum kann ich das nicht aufheben? Das ist merkwürdig. Jetzt kann ich nochmal hingehen. Ich sehe das Hundefutter, ich kann es aber nicht aufheben. Dann gehen wir erstmal zurück. Die Doggy Tür ist geschlossen. Dann gehen wir raus. Zu hart zum Graben. Leere Schale. Ah, die können wir mitnehmen. Katzen. Ich bin sehr durstig. Wenn du mir etwas Wasser bringst, dann kann ich dir... Dann gebe ich dir das, was ich gefunden habe. Nämlich diese Karte hier. Ja. Hier geht es nur wieder zurück. Und aus irgendwelchen Gründen... Ich brauche eine Karte, eine Schlüsselkarte. Warum können wir die Stühle anklicken? Hier ist ein Apfel. Den können wir mitnehmen. Und aus irgendwelchen Gründen. Der Lieblingshund des Hundefängers ist ein Dalmatiner. Also Apfel bringt hier nichts. Nein. Hier raus. Und raus. Die geben wir der Katze. Und raus. Die geben wir der Katze. Und haben die Schlüsselkarte. Wieder rein. Durch das Loch schlüpfen. Jetzt können wir diese Tür öffnen. Finden etwas Geld. Das verballern wir doch gleich mal. Und haben einen Schokoriegel. Ich wünschte, ich hätte etwas Süßes zu essen. Aber wir haben was. Das geben wir dir. Hier. Bitte. Nein. Da hinlegen. Hm. Candy. Aber wie kann ich durch den Zaun kommen? Noch eine Schlüsselkarte? Hm. Hier. 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 Oh, er frisst den Apfel auf. Aber das bringt relativ wenig. Und wir haben noch eine Schlüsselkarte. Ja. Vielleicht, Moment. Vielleicht mit dieser Tür. Nein, auch nicht. Hier haben wir schon alles. Ah. Mhm. Also, der Martina. Corgi. Und... Ja, was könnte es noch sein? Schäferhund? Naja. Kann ich jetzt nur wild rumraten? Kriege ich vielleicht noch Hinweise? Der will Candy. Ja. Hm, zweiter Platz. Ja, der Corgi ist auf dem zweiten Platz. Vielleicht der Pudel. Also, der Martina. Der Corgi. Der Pudel. Ah, jetzt geht's auf. Jetzt haben wir eine Drahtschere. Damit lässt sich das hier doch öffnen, oder? Na? Warum geht das nicht hier hin? Ah. Jetzt ist er auch durchgekommen. Ein großes Loch im Zaun. Ja, wir sind entkommen. Wir gehen nach Hause und holen uns Leckerli. Und... Ja, wir gehen. Das ist das.